Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute eine Traumschwärfe in Rheinland-Pfalz, und zwar die Hochwald 8. Diese Tour hat etwa 20 Kilometer, und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende der Tour. Noch 2 bis 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Parkplatz, wo unser Auto steht, in Kell am See. Wie war die Tour? Sie war echt nicht schlecht. Die erste Runde, das ist die erste Schleife, läuft hier durch offenes Gelände, die zweite mehr durch Wald. Das sind 20 Kilometer, aber man muss sagen, für Anfänger auch geeignet, die etwas Grundkonditionen vielleicht durch Schocken mitbringen. Mir empfehlen die Tour wirklich weiter, sie ist echt schön und wir waren auch richtig froh, dass sie mir heute laufen konnten. Was Sarah vergessen hat, zu sagen ist, wenn man die erste Schleife der 8 gelaufen ist, kann man am Restaurant, Café, Kell am See noch eine kleine Rast machen. Die haben auf jeden Fall mal leckeren Flammkuchen, Daumen hoch dafür. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über Kommentare, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt, freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und zwar die Hochwald 8, die Tour hat etwa 20 Kellogs.